Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen richtig coolen neuen oder wie gesagt auch ein bisschen älteren Glitch zeigen wie man beim Prolog 1 bis 4 Spieler spielen kann ohne dass man irgendwie viel machen muss. Wie man das machen muss ist ihr müsst zuerst mal die Partyoption auf offen machen und natürlich Spielerlimit auf 4. Wenn ihr das gemacht habt könnt ihr den Prolog starten und eure Kumpels müssen in dieser Zeit bereit sein dass wenn der Film beginnt bei euch müsst ihr Antwort geben und genau wenn der Film jetzt beginnt können sie euch beitreten. Aber ihr müsst schauen ihr müsst die ganze Zeit diesen Spieler beitreten kann man ja schauen kann man ja selber beitreten den Leuten wenn die Party offen ist muss man einfach auf den Namen gehen und Spieler beitreten. Jetzt in diesem Moment ist mein Kumpel bei mir die ganze Zeit beigetreten und ihr müsst wirklich 3-4 mal probieren aber nicht zu spät sonst ist das Spiel zu vorgeschritten. Was ihr jetzt machen müsst ist ihr müsst diesen ganzen Film der da kommt müsst ihr schauen also nicht wegdrücken das ist ganz wichtig man sieht sich gleich nach dem Film wieder. So der Film ist jetzt zu Ende und was ihr jetzt machen müsst ist eigentlich ganz locker und einfach ihr müsst ganz nach vorne gehen und die Schaufel holen. Aber was ihr beachten müsst sind 2-3 Sachen bitte gut zuhören nicht nachher in die Kommentare schreibt von wegen es geht nicht oder so dieser Gletsch geht immer noch und er geht schon glaube ich schon 3 oder 4 Monate geht er schon. Was ihr machen müsst am besten bleibt der Kumpel so stehen. Ihr kriecht jetzt die ganze Zeit da nach vorne so. müsst ihr alles nach vorne kriechen und wenn ihr ganz vorne seid bei der Schaufel geht es dann weiter mit dem Gletsch. Aber bis dahin will ich euch noch sagen dass ihr diesen Kanal auch abonnieren könnt. Natürlich auch gratis wie ich immer erwähne in den Videos weil jetzt habe ich ein bisschen Zeit zu reden bis ich die Schaufel habe. Und wie man sieht da vorne ist die Schaufel schon drin. Was ihr jetzt machen müsst ist ein bisschen nach vorne laufen dass da rechts dieser Zombies wohnt. Was ihr jetzt beachten müsst ist ganz wichtig. Ihr müsst nach hinten laufen und euer Kumpel der der beigetreten ist der muss zuerst sterben. Also das heisst wenn ihr zu viert in der Lobby seid muss der Lobbychef der die Lobby aufgemacht hat darf erst ganz am Schluss sterben. Das ist ganz wichtig. Wie ihr seht sind wir jetzt beide da angegangen. Zuerst er. Er ist mir beigetreten und ich war ja der Lobbychef. Das heisst er muss zuerst sterben und dann ich. Und wie man sieht kann man da einfach jetzt zu zweit rumlaufen. Er hat noch keine Waffe und nichts. Er muss jetzt einfach euch nachlaufen und ihr müsst schauen dass ihr alle Zombies killt auf dem Weg weil er hat ja keine Waffe und nichts. Das ist ziemlich einfach und zwischendurch leckt es auch ein bisschen habe ich gehört in dieser Sequenz wo alles langsam wird. Aber das spielt ja keine Rolle dann startet ihr einfach neu. Wenn ihr jetzt da zu diesem Tor geht könnt ihr da dieses Tor aufkaufen und von diesem Augenblick her könnt ihr entscheiden ob ihr zu viert ins Haus reingeht ob ihr zu dritt ins Haus reingeht oder alleine. Und dann bleiben einfach drei out of map und einer bleibt drin. Das ist natürlich nicht so hilfreich weil ich glaube alleine ist das da drin schon ein bisschen schwerer als zu viert. Und daher könnt ihr die Challenges ganz easy und locker machen. Wenn ihr jetzt noch wollt dass euer Kumpel auch die MP40 kaufen kann müsst ihr euch die ganze Zeit down gehen lassen dass er euch wieder beleben kann und dann bekommt er Punkte. Wenn er dann die 1000 Punkte hat kann er einfach Zombies töten und kriegt normal wieder Punkte. Und ja Leute wenn euch das Video gefallen hat lasst doch eine kurze Bewertung da ein Abo würde mich 1000 freuen und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye. Bye bye.